schon besser modernen problemen brauchen modernen solutionen und du mal den herzlich willkommen an der medien option von lissé michael rodange egal ob tele internet zeitungen oder sozialen netzwerken medien sind an dieser gesellschaft einfach omnipräsent und zu zeiten von covid-19 ist es einfach extrem wichtig dass man mehr über den funktionement von medien geworgen und auch wie sie entstehen genau du kann ihn sich als schüler am lmrl ganz besonders engagieren an der zu gewünscht haben und man bin ich wohl am schüler radio egal ob interview schreiben feiern oder schneiden am radio dreht sich alles im audio an live um radiosinn mit komm ich leistern einfach mal randoma da ich das besser für stelle könnt schüler radio gehst knapp schön für schüler für schüler als wetten dunsten am montagstrei offer ja haut man tun loris fantastic people am am donald rammt scheine guten mitten hei um schüler radio vom campus gehst knapp schon ab diesem 14 februar 2017 an dat haut passend zu verhältnis dach mat inge speziale ausgab zum thema jugend leift an seksualität der jemma live es sind michael rodange anja die freizeitaktivitäten gehörten für seitdem bis premier parallel zum radio kann in medien auch als option wählen wird dann zwei stunden kur pro woch sind das geht ugebäuden ab der 3 james klasse wieder frohe behandelt gehen weil wie ernst die medien wie mir kann ich wegen medien nicht trauen kann und was ein objektiven artikel kurz gesagt also den umgang mit medien wird an der zeit für fake news korona virus einfach essentiell aus praktisch ist das vielleicht dass der je an audiosoftware raschhaft an noch selber mole nur richtig sprecher muss sind an das ganz an einem immens flotte kader wo erer kreativität kein grenze gesagt ging auch zeitungen gibt mir genau an ad lup geholt an ausflich sind ausgeschlossen für die strukturen nach besser kennenzulernen dass eine neue erfahrung will kann machen am radio job den am team bei den an den anderen fahrer nicht so oft mensch als am sport vielleicht interview schneiden ob holen und nun von geischten handelt er kommt an der mikro das ist der vier mikro schon als wenn ich so nicht die anderen fahrer unwichtig sind mir die radiosmelde bringt zu hören das schön wenn du wirklich viel sache lehrt denn auch normalerweise schon ein schnitt lehrt optösem geht da weiter mit kamera schneiden regie feiern an alles weit etwas mit videografie zu dingehaut du hast ja dann noch manchmal leid wie der premierminister für und löns am mikro zu hohen an ihren auszufrohen über themen die ihr schwichtig sind an sachen die ihr interessieren was kann ich als bürger mache für zum weltfrieden beizudröhnen selber schocken konflikt provozen an dat geht geliefert er geht am schaulhaft und alle klänge konflikt alle klänge konflikt verhindern helft dass ihnen immer die mannere besser eins geht an dass die äußte sich an behüllen wie dann noch an ihrem kapp präjugien aufbauen ganz oft müssten lmrl aber auch bei konkurren mit wie den acl drive phone free oder video kompetitionen wie die crème fraîche wo man eist könne noch beweis stellen und du hättest dann auch mit einer institutionen wie mit der ambulanz oder mit der polis zusammenzuschaffen für ihre video projekte zu realisieren die sähe rennen denn der Schofahr ist noch umsprichbar aber heute bei vorhin nicht mehr Wie ihr so schön seht, das Beste kommt zum Schluss, Premiere. Zum Schluss kommt das ganz große Material ausgepackt, und zwar organisiert Nelmerelle all Juhas ein Spektakel. Er aufgab also das ganze Material von einem Regie mit bis zu 8 Kameraden zu filmen, und ihre Schollkollegen am besten möglichsten Winkel aufzulichten. Hier ist das Teamwork wichtig. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Augenblick geben, was wir genau machen, und das ganze schmackhaft zu machen, weil wir gingen uns immens freuen, und unsere E-Kippe zu begrüßen, und wir sind extrem gespannt, welche Ideen jemand in der Studio holt und Domaden noch realisiert. Und wisst ihr was? Domaden, nach einem schönen digitalen Porto-Wert, und bleib zu ihm!